Ein eifersüchtiger Ex-Freund, eine Ehe aus Liebe ist der schnellste Weg, sich ins Unglück zu stürzen, glauben Sie mir. Eine missbelingende Schwiegermutter und ein abweisender Sohn scheinen den Frieden der indischen Hochzeit zu zerstören. Eure Ehe wurde nicht im Himmel geschmiedet. Nein, Großmutter, geschmiedet wurde sie in unseren Herzen. Wir leben in verschiedenen Welten und haben doch Ähnliches erlebt. Wir zwei haben uns nichts mehr zu sagen. In einem besonders guten Stern steht diese Ehe wohl nicht. Ruth Maria Kugitschek in der Indische Ring. Sonntag um 16.30 Uhr auf Tessmedien.